Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute, und heute machen wir Guess Who gegen André. Let's go, ich will schnell was aus. Will was aus? Ja. Will aus. Oh, du kannst auch voten, steht bei mir. Was kann ich voten? Ich kann gar nichts voten. Waiting for other votes. Egal, ich hab gemacht. Oh. Äh, Winter ist das Thema. Winter Edition. Okay, dein Turn, André. Mein Turn? Mhm. Okay, Odeman. Ja. Äh, boah, schwierig. Odeman. Ja. Hat das was mit Winter zu tun? Ja. Äh. Das ist doch was für schwierig, das ist übel einfach. Dein Skin? Ja. Ist er hauptsächlich rot? Also die Farben meistens. Nope. No, no, no. Nein? No, 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 no. Oh, das war aber eine gute Frage, Digga. Mhm. Das war eine gute Frage. André hier mit den OP-Maschinenfragens. Okay. Gib mir lieber mein Turn. Äh, Mr. Pepper-Dapper-Mint ist er hauptsächlich rot. Mr. Pepper-Dapper-Mint, wo ist der? Oben, zweite Reihe. Oben, zweite Reihe. Mr. Oben, erste Reihe, zweite. Ja, ja, das ist rot-weiß, bro, safe. So, den Rest, obwohl Fluff-Skin kann ich noch wegbeladen. Ja, das ist immer so. Okay. Gib mal her den Lachs. Und wir gehen jetzt erstmal mit einer richtig schönen, wunderschönen und guten Frage rein. Und zwar, André, ist dein Skin menschlich? Nein. Nein? Okay, dann. Ähm, Sergeant Winter weg. Code-Elf weg. Blizzard-Bell weg. Äh, Wild-Tur-Ranger weg. Frozen Nox. Ja, Crosy Krons. Here, Renegade Raider. Mhm. Evergreen. Hier. Der. Hier, Snowbell. Evergreen. Snowbell. Immer wie er bei mir einfach chillt, der Ehrenlose. Snowbell-Preis. Boah. Das war das eigentlich, oder? Das waren viele. Uh. Okay, Freunde, wir haben gut, gut gedings. Enttöne André, du bist dran. Boah, ich hab ne kranke Frage. Ich komm jetzt einfach auch zu dir. Guck, ich will spicken. Ich weiß, wie du hast. Oh mein Gott. Ist dein Skin so schlecht. Ja. Menschlich. Mein Skin? Ja. Ist menschlich, ja. Boah, wie er die gleiche Frage stellt, du ekelhafter Du. Was redest du? Ich hab zuerst gestellt. Ich glaub, das war's, ne? Also, ich hab jetzt zum Beispiel, ich hab jetzt zum Beispiel Ginger Gunner und Dinger hier bei mir auch nicht weggeschossen, ne? Oh mein Gott. Ja. Ich auch nicht. Ja, du musst die ja wegschießen, du Dummkopf. Warum? Warum? Ja, weil ich hab ja gesagt, das ist deinst menschlich, du nein. Und bei dir ist ja andersrum. Ich hab einen übrig gelassen gerade, aber ist egal. Okay, André. Ja. Ähm, ich hab einen kleinen Guess sogar. Dein Skin ist männlich, stimmt's? Äh, ja. Okay. Das ist gut. Dann sie raus. Sie raus. Okay, hier weiß man schon, wer männlich ist und oder weiblich. Aber ich weiß, glaub ich, schon, wen du hast. Okay, das war eine blöde Frage. Mist! Äh. Weil ich glaube, da steht zwar, da steht zwar No Cheating, aber der Skin hier, den wir hier sehen, ist, glaub ich, genau den, den André hat. Das wär halt echt OP. Bodelmann. Ja, guck mal, wie er auf Mainz guckt. Ist dein Skin? Ja. Ja, 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 ja. Nein, ist nicht. Ich rate erstmal weiter, weil ich will nicht cheaten, okay? Okay, okay, okay. Ist dein Skin weiblich? Nö. Ah ja. Da fehlt noch eine, da fehlt noch eine rechts, ja. Ah ja. Aha. Immer wieder auf deine Seite. Guck mal her, lieber kleiner Lachsfisch, du Lachs. André! Ja. Ähm. Ist dein Skin... Hör zu. Ist dein Skin bekannt für Weihnachten? Ja. Ist es. Ist bekannt, ja. Also ich würde jetzt zum Beispiel hier diesen Blinky wegmachen, ich würde Fluffy Fluffluffluff wegmachen, ich würde Peely wegmachen. Das hat auf jeden Fall viel mit Weihnachten zu tun. Frozen Fish weg. Ah, ich weiß nicht. Ghoul Trooper auch weg. Ja. Hat da nichts mit Weihnachten zu tun. Ja, hat nichts mit Weihnachten zu tun. Okay, Snowman. Und den würde ich auch wegmachen, Globes Shaker. Okay. Den mit dem Tunnel drin. Mhm. Was ist ja auch nichts mit Weihnachten zu tun. Sonst, die Rest ist so Schneemann, Schneemann, so ein Rentier, Gingerbread Man, so ein Peppermint-Ding und der Nussknacker. Und damit würde ich mal sagen, André. Yeah. Ja, Digger. Ja, 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 ja. Mein Skin. Okay. Hat er blonde Haare? Mein Skin hat blonde Haare. Er hat, also, Evergreen hat auch blonde Haare, weil er Dings da drunter ist. Jonesy. Oh, kann sein. Okay. André hat noch drei Aufenthalte. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, ihn aus den Locken der Finger, den Lockens zu locken. Du musst. Okay. André. Yeah, yeah. Was machen wir denn? Okay. André, ich sag mal so. Ich mach jetzt, ich mach was so. Ich will jetzt schon guessen, André, okay? Okay. Ich sag, deiner ist der Crackshot. Meiner ist. Nein. Ist es nicht? Nein. Oh mein Gott, okay, dann wurden wir geinfluenced von diesem Dings. Okay, okay, dann hab ich schlecht gespielt. André könnte es jetzt erfahren, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht fliegt er noch was. Was sagst du? Deiner ist Codename Elf. Bist du sicher? Ja. Ich hab einfach gewonnen, der Ehrenlose, Digga. Es war so schlecht, Bro. Yeah. Ach, Digga. Welchen hattest du? Ich hab... Rate noch einmal. Okay, lass mir noch raten. Hat dein... Ach, jetzt ist Kacke, Mann. Hat dein Skin einen Hut oder sowas auf dem Kopf? Yes. Oh mein Gott. Okay. Dein Skin ist Peppermint. Yes. Oh mein Gott. Stark, 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 stark. Okay, dann würden wir sagen... Und ich würde mal sagen, 1-0 für André, Freunde. Wir gehen rein in die Dings, drunter, let's go. Es geht natürlich noch am Ende in Battle, deswegen bleibt bis zum Ende dran und lasst ein Like und ein Abo, damit es dir jetzt schon gefallen hat. Okay, ich darf jetzt aussuchen, André. Und André hat mir André's verboten. Der kleine Pisser. André müssen wir mal haben. Dann mach ich jetzt Pickaxes, Digga. Oh, du musst auch voten, hä? Ehrelos! Ach, Digga, und dann gewinnt Sainz auch noch. Das Schicksal liebt mich. Bro, dann gewinnt Sainz auch noch, Bro. Und dann ist er noch dran, ne? Hey, Stand-Waffel. Digga, du bist so ein Pisser. Du, das Special-Round, okay? Wir haben nur drei Fragen. Okay. Warum? Weiß nicht. Nein. Das ist kein Special-Round, nein? Okay, vier. Okay, Audubon, ist deine Waffe von Rarität her grün? Nein. Gib mir mein Turn. Darfst du die Frage nicht nochmal stellen? André! Ja? Ist deine Waffe eine AR? Hell no. Nicht? Oh mein Gott, okay. Okay, okay, okay. Da können wir, glaube ich, schon gut was wegmachen. Das ist eine AR. Das ist eine AR. Das Drum Gun ist auch eher eine AR, oder? Oder eine SMG? Ist eine SMG? Ne, ist eine AR, weil er hat AR-Schuss. Ja, stimmt. Das, ähm, LMG. Da haben wir hier noch irgendwo eine AR. Ne, okay. Du bist dran, André. Ich bin dran, André. Mein Lieber, wenn du jetzt nur durch Raritäten kriegst, dann absichtige ich dir. Das sagst du dir. Ey! Oh du Mann. Ja. Ist deine Waffe... Ja. ...eines Schnaipers? Nein. Nein. Nope. Nope, 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 nope. Ja, Sniper war nicht viel. Boah, das sind schon viele. Äh, doch. Fit. Klar, was du... Ja, Glück gehabt. Hättest du gesagt, ja, hätte ich alle wegschießen können. Okay, André. Ja? Ist dein Item... ...ja? ...ne Pumpgun? Nein. Warum hast du so lange gewartet? Nee, ja, keine Ahnung. Mein Gehirn hat kurz nicht funktioniert. Okay, alle Pumps weg. Oh, es wird schon ekliger. Es wird schon ekliger. Aber ich sag dir ehrlich, bei Waffen, das ist ja übel easy. Waffen sind echt easy. Oh, du Mann. André. Hat deine Waffe. Ist sie vollautomatisch? Meine Waffe ist nicht vollautomatisch. Nicht vollautomatisch? Mhm. Schau mal, was André hier macht. Okay. Unsere Waffe ist noch dabei. Ja. Ich glaub, das war's. So, André. Yeah. Deine Waffe, die wir hier haben, ist sie eine Waffe, die man spielt? Oder die man eher spielt als andere Waffen? Boah, schwierig zu sagen. Ob wir die oft in Fights benutzen? Nein. Nein. Also in unseren Fights. Und im Spiel? Also Battle Royale an sich so? Ja, ist schwierig, weil ja alle drei Tage sich die Map ändert und die Waffen. Okay, 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 okay. Kann ich das nicht sagen? Dann lass andere Frage machen, Bro. Ja, okay. Ich hab schon über eine Beantwortung. Ja, aber Digga, ja okay, was benutzen wir denn nicht? Okay, warte. Was benutzen wir eher nicht? Beziehungsweise, was benutzen wir? DMR benutzen wir eher nicht. SMG benutzen wir. Quad Launcher? Was sagst du? Ja, aber du hast ja genau andersrum gefragt. Was wird sie... Also du hast jetzt gerade das weggeschossen, das wir nicht benutzen? Oh, ups. Was wir benutzen, hab ich weggeschossen. Also du hast DMR weggeschossen? Nein, DMR ist noch hier. Ja, okay, dann hast du rumgedreht. Was hast du denn jetzt weggeschossen? Ich hab die P90 weggeschossen. Ah, okay. Okay? Ja, ist okay. Jetzt hast du meine Zeit so hops genommen. Du bist dran. Einfach, du ehreloser Esel. Guck mal, ich sag dir so, du mal. Was? Ist deine Waffe in der Pumpgun? Nein. Guck mal, wie er meine Frage einfach nochmal stellt. Du kleiner Esel. Äh, was lügst du? Natürlich, du Esel. Lord Esels. Okay, Andre. Ja. Die Runde muss an mich gehen. Sonst hab ich am Ende keinen Fight. Keine Waffe. Beziehungsweise haben wir danach noch eine Runde, Leute. Andre, ist die Rarität, die du hast, Gold? Nope. Digga, ich bin so dumm. Ich weiß, was Andre hat, weil er sich, glaube ich, vorhin vertan hat. Ich weiß es schon. Nee, ich hab mich vertan. Ja. Oder hast du dumme Fragen gestellt und wolltest dann die Antwort wissen und dann nochmal eine Frage stellen? Maul, okay, du hast dich vertan. Und dann schließt du noch das Falsche ab, weil du das falsch gesagt hast. Und ich weiß, dass deins DMR ist. So, mach weiter. Ja, war ja auch schwierig, nichts zu sagen. Weil, du, Digga, also das war auch wieder richtig O, du Mann, wirklich. Ich hab Andre einfach verwirrt. Aber hab mich auch... So, die benutzt du nicht? Die DMR schieß ich weg. Hab mich... Nein, die SMG, die Penite, die schieß ich weg. Okay, wir haben das einen Aufmerksam. Wenn du willst, gucken wir uns gleich an. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich hab gewonnen. Nein, ich darf auch nochmal raten. Okay, du darfst noch raten. Stimmt. Du hast die Mörderwaffe. Nein. Ha, Noob. 1, 1. Du hast die DMR. Du darfst immer noch raten, was ich hab. Granatenlauncher. Nein, aber knapp. Rocketlauncher. Ja. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Weißt du warum? Weil ich mach Final Answer. Ja, und dann ist 1, 1 das Dummkopf. Ja, du kleiner Hund. Aber wie krank das aussieht, wenn es so hoch geht. Okay. Letzte Runde, Andre. Und ich sag dir ehrlich, diesmal, OG, komm, komm, wenn du dich traust und vertrust. OG Skins Only. Oh mein. Hä, wie geil. Mit so Aufhängungen, Digga. Okay, Andre. Ich fange ja an. Und wir fangen jetzt mal ganz, ganz entspanntes an. Und zwar frage ich dich. Kann man die Augen von deinem Skin sehen? Ja. Yes. Also die menschlichen Augen, kann man sehen? Ja, kann man sehen. Okay, weil zum Beispiel bei so schwarzer Ritter sieht man so rote Augen, aber das zählt ja nicht. Nee, nee. Okay, Black Knight weg. Man kann die Augen sehen. Funk Ops weg. Red Knight weg. Okay, die Frage war... Oh, die noch weg. Den weg. Ich dachte, die Frage wäre schlecht. Aber war nicht schlecht, sag ich euch ehrlich. Nicht schlecht. Hat dein Skin eine Art Brille? Also es gibt welche, die haben auf Kopf eine, die im Gesicht eine. Keine Brille? Nope. Keine Brille, Andre. Okay, das sind drei, vier... Oh, du hast meinen weggeschossen. Spaß. Aber ist eine wilde Frage gewesen. Andersrum besser gewesen. Ja. So. Okay, Andre. Ja. Hat dein Skin... Sieht man bei deinem Skin die Haare? Yes. Ja. Okay. Sieht man. Desperido, oder wie der auch heißt. Siehst du den? Desperido? Desperado. Ja. Da sieht man Haare. Soll ich ihn drin lassen? Ich würde sagen, sieht man, ja. Und bei Munitionsexpertin sieht man vorne Haare, oder? Ja. Ja, okay. Das ich doch nicht gewinne, Junge. Bei der sieht man auch Haare. Ja, okay. Da steht eins, eins. Du bist dran. Dein Skin, oder Mann? Ja. Pack um da hoch. Ist weiblich. Mein Skin ist weiblich, ja. Oh, yeah. Bam, Junge. Bam. Bam, Junge. Bam, Bam, Junge. Bam, Bam. Bam. Das war's, oder? Ja, 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 ja. So. Ja, ja. Sieht gar nicht so gut aus für dich. Das sieht echt ehrlich. Sieht nicht gut aus für dich. Und zwar, ich wollte fragen, ob du den Skin hast, aber vermutlich nicht. Deswegen frage ich die Frage nicht. Ist der Skin, hat der Skin in seinem Skin die Farbe Rot? Ja. Oder auf dem Bild. Sieht man was Rotes an dem Ding? Yes. Bright Bomber hat nix Rotes, ne? Ey, wenn man den Falsch wegschießt, kann man auch Links Undo machen. Oh, okay, das ist wild. Den weg, den weg. Den, den. Da sieht man rot. Was sagst du bei Bright Bomber und bei Sparkle Specialist? Komm mal rüber. Würde ich. Ja, sieht man nicht. So, und hier bei der Disco-Fourier? Auch nicht. Okay. Gut, André. Ich hab's genommen, Bro. Warum? Du gehst, Alter. Du bist dran. Du wirst nie erraten, was ich hab. Komm, sag mir, sag mir. Aber warte mal, Ramirez hat auch ne Brille. Ja, weg. Ramirez. Hat dein Skin einen Hut auf? Oder einen Helm? Ja. Ist ja egal. Ja. Ja. Ah, war ne wilde Frage. Gib lieber her mein Turn. Okay, jetzt hab ich hier eine Auswahl. Jetzt muss ich das fragen, André. Ja. Ist dein Skin männlich? Nein. Okay. Geil, weil... Ich hab nur noch... Darfst du es eh nicht mehr raten. Ich hab 50, 50. Let's go! André! Hat dein Skin einen... ...einen Rüstungshelm auf? Einen Rüstungshelm? Also Royal Knight oder Red Knight. So Krieger-Ritterhelm meinst du, ne? Ja. Ne. Nicht. Gib lieber her. Ich hab jetzt 50, 50. Ich muss jetzt richtig raten. Okay. André, ich glaube... André, ich glaube... Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, wen du hast. Ich glaube, du hast Ramirez. Und warum? Weil du dich hier nicht weggeschossen hast. Wahrscheinlich hast du gefettfingert. Stimmt's? Oh mein Gott. Stimmt's? Sei ehrlich? Nein. Nein? Nee. Oh mein Gott. Okay, du musst... Warte, ich hab dich hier nicht weggeschossen. Du musst jetzt das Richtige raten, Bro. Wenn du es nicht ratest, dann hab ich gewonnen. Munitionsexperte. Nein! Gib mir die besseren Waffen. Du dickes, dickes Kind. Okay, Freunde. Wir gehen jetzt in den Fight. André hat bessere Waffen als ich. Drei Leben. Let's go. Okay, Freunde. Wir sind endlich im Fight. André, ich hab was sehr Spezielles gemacht. Und zwar was sehr, sehr Spezielles. Okay? Wow. Okay. Ist das dieses... Ich krieg auch Fresse, Kind? Ja. Das sieht so aus, Digga. Guck mal. Ich sag, er kriegt Gold. Ich hab die Leinti genommen, damit du nächstes Mal nicht sagen kannst. Sie benutzen dich. Du kleiner Pisser. Du brauchst gar nichts zu tun, Junge. Du brauchst gar nichts zu tun. Du hast dich umgedreht, hast du fettes Fett. Geh schlafen. Komm doch her. Was machst du da, Digga? Ey! Ach, Digga. Ich sag doch, das ist dieses... Er hat respawned fünf Sekunden, Digga. Du kennst diese TikTok-Memes mit Starter-Kit? Ja. Ne? Ach so, doch, doch, ja. Weil du hast dich Krieg auf Fresse, Kind, gemacht. Junge, aber Spielstopp! Jawohl, soll ich das riechen, oder was? Ich stand doch grad einfach. Ich musste lachen. Warte, ich steh grad. Spielstopp. 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 Ey, ich bleib hier an der Stelle stehen. Mal gucken, ob du mich besiegst. Du bist da, Digga. Ey! Mit Pistole auf 100 Metern. Metern! Wieso? Digga, das ist unfair. Du hast mich kaputt gemacht mit Lachen, Digga. Sag ich dir ehrlich. Das ist einfach unfair jetzt. Ey, lass mal Sexleben machen. Ey, Junge, mein Gesicht tut schon weh. Ich kann dich mehr, Digga. Okay, Freunde. Wenn ihr euch das hier geweint habt, lasst ein Like und ein Abo. Dann checkt ihr, wie ihr euch andere habt. Ey, was ist echt zu Ende? Ohne Penisleben. Gar kein Penisleben, Junge. Ich hab drei Ziele. Ich stehe da immer noch, Digga. Komm mal. Ja, komm, Christian! Video vorbei!